Hallo zusammen, da sind wir wieder, Dachsatz 3D sind das Mod 1.75, ich kann es auswendig jetzt schon, zweiter Teil, das Dach, in der Kapelle der Ungläubigen, der Kerzenentzünder, der Ungläubigen Kerzenentzünder. Wenn du jetzt noch schießt, ist los was. Aufwärts. Und von dem gibt es was Feines jetzt. Hoffe ich. Ein schneller Tod. Einer ist du Scherbe, jawoll! Jippie! Juppie! 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 Wir sind immer noch auf der Glut. Juppie! 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 krass auf dem dach ist leider nichts so war ich schon jetzt nicht hier in dem spiel aber es war schon dass ich da schon mal runtergefallen bin habe ich gedacht guck dich gleich mal um und zwar wollte ich dann da mit dem boh machen denn du dann an der hauswand und bin zu weit nach vorne bin ich schon gestürzt der flug bis hin okay der liegt dort dann habe ich noch außer im pfarrungskrieg noch nicht einmal gesetzt Au! Fehlschuss! Ich bin genau neu getappt. Sind die denktraut, du hast doch eine Essdurchscherbe offen? Also hier ist auch nichts Neues. Hm. Au! Scheiße. Das merke ich gar nicht. Seltsamer Vogel. Seltsame Kathedralenkrieger. Bezahlt von der Kirche. Um Verordnung zu sagen. Bleibt noch eine Weiche stehen bitte. Okay. Was wünsche ich noch mal? Dreimal Heiliges. Oh! Und eine Heilige. Und noch was Heiliges. Alles heilig hier. Diesen Gewölben. Wer schießt denn hier? Ja. Ist der Eingang. Hier durch dieses Tor. Auf diesem Platz sind wir reingekommen. Jawohl. Ist irgendjemand vorher da mit Pfeiler runter? Ja. Ja, aber lauf da entlang. Wer ist denn das? Ja, wer ist dieser? Wer ist dieser Typ, der mit einer Armbrust bewaffnet? Das ist kein Punkt, das ist eine Armbrust. Freunde. Eine Armbrust. Da muss er irgendwo da ohnehungern. So. Achtung. Jetzt aber. Genau. Zack. Hoho. Der hättet uns noch getroffen. Ja. Zu spät. Und da war noch einer irgendwo, oder ne? So ein Typ. Da ist er doch. So ein Wurm. Boah. Ohre, schlupper. Ohre, schlupper. Hm. 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 Öffne mir das Tür schon. T stehen los. Gibt's das? Da ist er. Na ja, Gott sei Dank. Ist er auch noch mal dort, oder? Da hat er der Riese verschnitten. Äh, da haben wir ja. Ne. Da war Rosarias Kamerwahl auf uns. Ein kurzes Gespräch mit ihr wird sich wohl lohnen. Für jeden. Das war ja. Oh. Da. Okay. Kann ich alles haben. Hier. Hier. Ich will. Hallo. Hier. Red Sign Substone. einer nach der anderen spätestens ja den krieg ich nicht und an der thundern das ist keine wasser weiter das sind noch mehr sind die gehauen so rosaria lock on the dead oder wie der heißt leonard dieses fiese stück scheiße wird er nichts mehr anhaben können du kannst deine kinder in die wiege legen denn hier liegt so eine rüstung oder wasser immer ne halt das ist auch noch der kirgi die alles die tante ich hab halt nicht so viel von der zunge was ist denn jetzt das reicht doch mal sie redet ja doch nicht mit uns ne nix talk ja wohl screenshot die ungepflegten ungewaschenen haare waren kurzzeitig im bild so vor allem haben wir vier tränke wir haben noch genug heilung da haben wir ja fp was haben wir fp fp haben wir am 789 das ist also schon schon ein wort ne so halt wie komme ich jetzt hier weg ich müsste jetzt wieder nach unten gut dann reisen wir doch ich glaube springen ist da jetzt nicht so gut haben wir doch die reise in kauf kurzzeitige gehen zurück ans leuchtfeuer und widmen uns der zweiten abkürzung hier dem riesen und der zweiten im zweiten riesen es stimmen herr um die 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 Wollt eigentlich hin an die Stuhl, Lümpel. So, jetzt bräuchte ich halt die Feuerpfeiler, ja, ich hab's aber, ne? Die Bomben, ne? Müssten eigentlich auch erreichen, oder? Wenn ich da das UBC war ein bisschen wegkriegt, da fahre ich ernsthafte Fight mit dem Riesen an der... Oh, 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 oh. Warte mal, wenn er da so explizit die Haltung wieder einnimmt. Oh, das war knapp eben. Jetzt haben wir noch zwei. Oh, ich hab sie beide erwischt. Oh, das war ein bisschen die falsche Richtung. So. Oh, da ist ja, du. Das ist ja jetzt extra, wie ich mir da runterkomme. Oh, jetzt müsste ich aber was trinken, ja, Freunde. Wenn ich jetzt zertrete, dann wurm ja. Da verstehe, geil. Immer auf die Fersen. Da sind sie am verwundbarsten. Das ist ihre Achillesferse. Schnappidi bappidi. Schnuck. 5.280. Guuuut. Schnappidi. Schnappidi. Die Trinkerrüstung. Habe ich auch mal angehabt. Äh. Genau. Okay. Machen wir alles jetzt, oder? Ne? Aha. Aha, aha, aha. Kommt schon gelaufen. Mit seinen nackten Füßen. Spüre ich seinen Arm in meinem Nacken. Wupp dich. Noch dieser legendäre schlafende Untote. Oh, ey, wo kommt denn der Auge rein? Oh, 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 oh. Gut, dass der Fahrstuhl hier ist. Au. Musst du mit hochfahren? Au, das ist natürlich fatal, ey. Bis der mit hoch und mit runter fahren. Sonst strengen wir. Ja. Wir trinken auf dein Wohl. Wo ist er dann? Ja, wo ist er denn? Er steht jetzt auf eine verspättenste Weg, ja. Na ja, komm. Oh. Oh, gute Erdrehungen gemacht jetzt hier. Oh, gute Erdrehungen gemacht jetzt hier. Hebe. Ich hab ihn. Er liegt. Und jetzt haben wir als Kathedrale geöffnet. Das haben wir nichts mehr zu dringen, ne. Trotzdem. Aber als allererstes öffnen wir. Ha, haben wir ja schon. Wir haben ja die Tür schon geöffnet. Gut. Dann brauchen wir es nicht nochmal machen. Dann brauchen wir es nicht nochmal machen. Dann brauchen wir es nicht immer öffnen. Betet. Betet, dass ihr ins Himmelreich eintreten. Au. Wer ist denn das jetzt? Glut. Wer war denn das jetzt für einer? Wo ist denn der herkommen? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass da einer rumgelungen hat. Scheiße, Freunde. Wer ist das? Ist das ein Freund von dir? Sag schon. Freund. Nein. Ich kenne ihn nicht. Mehr. Das könnte natürlich unser Ende sein jetzt. Ohne was zu trinken. Hallo. Neid Orsel. Das ist nein. Ein Neid Orsel. Mit einem Neid Orsel Schwert. Neid Orsel. Das klingt wie Nachtursel. Er blockt. Kann ich doch. Dieser Schlag ist gefährlich. Was hat denn das auf euer Schwertsche? Neid Orsel. Du nachtig alter Nacht. Du Neidl. Du Ursel. Ob das mit was richtig ist, das ist richtig. Wenn der nämlich auch wieder drinkt. Oh oh. Brandbomben. 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 Ich sage nur Brandbomben. Neid Orsel. will uns da ans leder aber das war knapp ein knapper fight was ist das denn hello hello ich weiß gar nicht wie man das spricht da ist es ja was macht die anscheinend ist schwer relativ schwer effekt buch der mensch ergänzt ein bisschen enemys bei 3,2 prozent das gibt dann also wieder wenn man die rüstung zusammen auch sieht es wieder was für sich 10 prozent oder gegen welche aus dem abgrund oder was er ging der mensch bus also irgendwas feinde abgrund was verfeinert aus dem abgrund haben wir feinde aus dem abgrund ab aus dem abfluss vielleicht zieht vielleicht auch nicht schlecht aus was ist mit dir ach so du leuchtest ein bisschen warum leuchtest du jetzt wie sieht denn der helm aus haben wir da einen helm dabei ja das habe ich nicht genau so von der wir werden zeitmechanik oder verschwendung oder wie das immer ist ich würde sagen mit so viel energie und lebenspunkte trauen wir uns nirgends mehr hin vielleicht hauen wir noch mal ein korrumpierter ach du scheiße herr Syris ist auch hier oh da muss ich mich entscheiden Syris die heilige der andere die scheinbare ok machen wir erst mal ein karten dieses zeig weg da wollte ich eine muss eigentlich so macht sie gut bis denn